Ich habe etwas gehört, etwas sehr gefährliches. Gucken wir einfach mal auf den Balkon hier raus. Ja, sieht schon schön aus. Der Schatten der Hütte. Wir nähern uns der Mitte der Nacht. Wir haben jetzt schon fast zwei Stunden vorbei. Oh, mein Magen, mein Magen, mein Magen, mein Magen, mein Magen. Ich habe da ein Problem gefunden, was ich jetzt noch bewältigen muss. Und zwar, Achtung, wir müssen essenstechnisch einen Cooking Pot erzeugen. Der braucht zehn von diesen Fortsteinen. So, das war nämlich das Ausschlaggebende, was ich brauchte. Und das machen wir jetzt auch. Der braucht eine Minute zur Herstellung. Wir schmeißen dann nochmal diesen Ofen an. Und machen uns ein paar von den Iron Pipes. Wo sind sie? Die Short Iron Pipes. Lass mal gerade gucken. Short. Iron. Oh, shit. Ich muss so reingehen. Die werden anders gecraftet. Entschuldigung. Short Iron Pip entsteht aus Forged Iron. Und zwar brauchen wir... Craft immer ein. Das sind zwei. Vier. Sechs. Acht. Zehn. So, alles voll. Er macht den Pot. Ich gucke mal gerade die Pipes nach. Wir haben hier nämlich gar keine mehr drin. Wir haben auch gar keine mehr hier drin. Pistol Barrel rein. Die Seeds rein. Das rein. Das rein. Hüi. Ja, die Waldfee. Funktioniert doch alles wie am Spieß. Ja, würde ich doch gerade mal behaupten. Was ist denn das hier am Boden? Eine Flasche. Bringt mir gar nichts hier, oder? Kann ich kaputt hauen? Ich glaube, dann nehme ich das Beil zu. Oh, das gab leeres Glas. Nicht übel. Broken Glass. Könnte ich auch hier einschmelzen und dann mir Gläser hier daraus basteln. Was übrigens gar keine so schlechte Idee wäre. Weil leere Gläser... Ah, ein paar leere Gläser habe ich jetzt noch. Ah, komm, wir tun das gerade mal hier rein. Dann seht ihr das gerade mal, wenn ihr das weg macht. Das Glas aufgefüllt wird auf fünf. Und mit fünf könnte ich jetzt tatsächlich... Ähm... Ne, könnte ich nicht. Der braucht zehn. Ha! Okay, ein Clay und zehn Glas braucht ihr, um daraus was zu basteln. Na dann, so. Ich wollte doch jetzt mal... Ach, habe ich schon gebastelt. Genau, zehn Stück. Dann brauchen wir jetzt einen Cooking Grill. We are crafting a Cookie Grill. Gehen dann damit hier nach unten, da wo unser... Ach so, habe ich ja gar nicht hingestellt. Das ist ja oben. So, an this position der Cooking Grill rein. Der Kochpott rein. So, dann hole ich dieses ganze Moldy Water hier raus. Zehn Stück haben wir davon. Wir haben auch sechs Ear Corn. Und wir haben jetzt kein... Ähm... Ne, keine Kartoffel. Null Kartoffelis. Esst mir jetzt Wurst. Ich schaue jetzt einfach mal ein bisschen Holz rein. Ungefähr die Hälfte von dem Holz. Noch ein bisschen weniger von dem Holz. Schnappe mir hier dieses Fleisch ungefähr zur Hälfte, was ich da habe. Und die Hälfte von dem Animal Fat. Das ist fett. Und jetzt kann ich zum Beispiel Bottled Water kochen. Zehn Stück am Stück. Hau rein. Zwei Minuten, sechs Sekunden. Ihr kennt die Nächte. Ich gucke mal gerade auf die Uhr ein. Uhr 37. Ja, das sieht sehr ruhig aus hier. Die Fenster sind zwar schon kaputt gehauen. Oh, wer das auch immer war. Keine Ahnung. Die Jungs können es einfach nicht lassen. So, und dieses Bottled Water. Ich gucke mal gerade, wie viel habe ich hier noch drin? Gar nichts. Absolut nichts. Nichts. Kornmehl könnte ich zu Brot backen. Oh, wäre schon nicht schlecht. Cornbread. Da brauche ich Cooking Pots und Wasser. Ich nehme das Wasser mal auf. Könnte jetzt schon dieses Meat machen. Ist schon nicht schlecht. Und das Meat funktioniert auch am besten. Machen wir mal sechs Stück davon danach. So, leere Gläser kommen weg. Alles, was wir hier nicht brauchen, kommt jetzt weg. Und das nächste wäre Tello. Da machen wir Dreisig Tello von... Ja, komm, wir machen erst mal 24 Tello. Tun die Rest dann hier weg. Komm, die tun wir auch erst mal weg. 70 Pfeile. Es brennt und niemand kommt. What happened? What the fuck happened here? Die Pflänzchen da vorne haben wir jetzt auch noch nicht abgenommen. Sieht schon ganz gut aus hier. Also, ein Heim für uns. Karte, bitte. Und dann gucken wir, wir sind von hier ausgekommen. Sind hier lang gelaufen. Haben den ganzen Weg hinter uns gebracht. Hier vorne ist der First Shelter, den wir uns gebastelt haben. Hier angefangen, da der First Shelter die erste Nacht dort direkt verbracht, weil die ja kaputt gegangen sind. Unglaublich. Einfach hier gestorben. Da hinten aufgetaucht. Dann mussten wir den ganzen verdammten Weg hier runterlaufen. Und anschließend Straße hoch. Da lang, da lang. Haben wir gut entschieden, einfach nur nach Westen zu laufen. Ja. Hat gepasst, tatsächlich. Und hier muss es irgendwo auf die Straße gehen. Wenn, ach so, hier ist auch noch, genau, die kleine Wasserquelle, die, die. Also eigentlich gar nicht so übel, was wir hier erwischt haben. So, schauen wir nochmal nach. Ein bisschen Bottled Water. Und da kommt das erste Fleisch, das esse ich dir jetzt sogar, aus. Okay, kann ich wieder einschalten, nehme dann hiervon die Hälfte raus und sage dann ab dafür, mein Freund. Moment, das ganze Eisen ist verschmolzen. Jetzt kommt nur noch der Clay dran. So, hier, ihr könnt auch wieder einschalten. Seht zu, dass ihr hier fertig werdet. 15 Fortstreifen. In diesem Fall mache ich jetzt so. Oh, 117, Entschuldigung, Moment, äh, 60, 65, schmelzen. So, passt doch prima. In dem Fall schmelze ich jetzt einfach weiter und lasse ihn so stehen. Es wird langweilig für euch, deswegen klicke ich mich jetzt mal, Augenblick, kurz mal gucken. 3.18 Uhr, klicke ich mich für ein paar Minuten mal aus, während ihr weiter schmilzt. Oh, oh. Oh, oh. Ich musste gerade einschalten, ich habe etwas gehört. Und dem werde ich jetzt nachgehen. Jetzt. Jetzt. Ist auch gerade, ach, da draußen ist einer. Guck mal, das ist eine ganze Horde gewesen, oder? Da hinten sind die vorbeigelauft, die laufen gerade weg. Guckt mal. Na gut, eine kommt jetzt gerade zurück. Aber irgendeiner hat hier mal ganz laute Geräusche gemacht. Hängt der vielleicht hier noch rum? Alter, war mal da. Ist ja zum Glück jetzt Tag geworden. Ihr habt gesehen, also ich habe ungefähr eine Dreiviertel-In-Game-Stunde Pause gemacht. Hat jetzt auch so gerade ausgereicht. Nochmal rein. Nichts passiert, alles gut. Ich hätte hier jetzt auch den zweiten Ofen. Könnte ich noch bedienen. Tue ich jetzt aber nicht. Ich laufe jetzt nochmal nach oben. So, nochmal anschmeißen hier. Du musst sowieso angeschmissen bleiben. Du sollst dein Clay verarbeiten. Und du machst jetzt auch weiter. Dein Fleisch und Tello. So, mal gucken. Es ist das. Ja, das gibt mal ordentlich hier. Plus zwei Health, plus zehn Frohness und plus 0,8 Wellness. Damit steigt auch hier unten meine Werte an. Wenn ich das oft genug esse. Nochmal. Einer war noch 92 und nochmal eine hoch. Genau, prima. Die Wellness. Very, very well. Fühle ich mich jetzt gerade. Er macht noch ein bisschen Tello. Aber ich nehme mir mal ein bisschen hier weg. Der braucht nicht so viel. So, dann gucken wir mal, was da draußen los ist. Weil die eine kam zurückgerannt. Nee, doch. Die kommen alle zurückgerannt. Kann das sein? Komm noch, Mädel. Komm noch, komm noch, komm noch. Komm noch, komm noch. Hier, pass mal auf. Ich schieße jetzt. Einer in den Schädel. Jetzt. Getroffen. Und jetzt. Zu hoch. Jetzt. Immer noch zu hoch. Jetzt. Meine Fresse, muss ich dir denn tatsächlich einem mit diesem wunderbaren Ding hier über den Schädel ziehen? So, kannst mich mal kreuzweise. Risiko. Bam. Sehr gut. Oh Mann. Der ist schwer zu treffen. Wenn man scheiße zielt. Wenn man scheiße zielt. Und dieser erst. Passt mal auf. Wisst ihr, was ich mit dem mache? Ich probiere jetzt was ganz Spezielles. Auf seine Beine. Gebt mir bitte die Holzfäller-Axt. Verwalt da. Ja, auf die Füße. Auf die Beine. Ja, da liegt er. Okay. Er konnte sich für kurze Zeit nicht halten. Äh. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht, Freundchen. So, und jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Die Viecher sind ja richtig gefährlich hier. Boah, jetzt ist aber Zappel-Dus da. Kaum zu treffen. Da bleibt einem die Spucke weg. Da bleibt einem tatsächlich jeder Kommentar im Halse stecken. Bleibt der eine. So, jetzt kann ich... Ach, den dicken habe ich schon ausgeräumt. So, jetzt habe ich es auch alle erwischt. Ja, alle erwischt. Ihr seid mir aber auch ein kleines Völkchen hier, ne? Guck mal, ein schönes Hemd. Kann ich das anziehen? Oh ja, ich habe noch kein Hemd an, aber dafür wird es warm. Gut, wir lassen es trotzdem dabei, das Hemdchen anzulassen. Es wächst so vor sich hin. Schon mal gar nicht so übel. Es tut aber trotzdem gut, übrigens noch mehr Clay zu farmen. Jetzt ranne ich jetzt mal gerade nicht so schnell hier hoch. Ich sagte gerade, ich renne hier jetzt nicht mal gerade so schnell hier hoch. Immer wieder gucken. Ach ja, das war hier weiter links. So, und ich sehe gerade, ja, es wird auch Zeit für eine Aufnahmepause. Jetzt bin ich tatsächlich schon hier etwas länger am Aufnehmen. Und bevor jetzt die ganze Platte wieder völlig voll läuft, ja, broken, mache ich nämlich an dieser Stelle hier eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.